Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 und ich bin froh, dass wir es so weit geschafft haben. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Ja, wir sind ein kleines, aber ein feines Festival. Dieses Festival, das bedeutet immer sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben das also die fünf Jahre lang geschafft. Wir haben das nicht alleine geschafft, sondern wir hatten immer die großzügige Unterstützung und an erster Stelle wäre hier das Filmmuseum zu nennen, dann aber auch die Konsulate verschiedener lateinamerikanischer Länder und das hat also von Jahr zu Jahr gewechselt und schließlich und endlich auch das Kulturamt der Stadt Frankfurt. Ja, und seit drei Jahren arbeiten wir auch sehr erfolgreich mit dem Romanistischen Institut, der Frankfurter Goethe-Universität zusammen. Wir hatten also heute Nachmittag ein sehr bereicherndes Kolokium mit den drei Filmregisseuren, die dieses Jahr während des Festivals anwesend sind. Bueno, durante estos cinco años también han pasado varios directores y directoras por el Festival. Yo aprovecho para darle las gracias virtuales a Víctor Gaviria de Colombia, un gran documentalista colombiano, quien fue el primer director que vino, junto con Jorge Ramírez Suárez de México, que vive en Alemania. Gracias a Víctor Gaviria de algún modo ya se le imprimió un sello al Festival. Directoras también siempre cuidamos de que vengan. Lastimosamente este año no podemos invitar ninguna mujer, pero tenemos a tres maravillosos directores que están aquí presentes. Ja, und es ist ja so, wir haben ja auch immer sehr viele Regisseure eingeladen. Einer der ersten, oder der erste war der sehr bekannte kolombianische Filmregisseur Víctor Gaviria. Er hat sozusagen unserem Festival auch den Stempel aufgedrückt. Es war noch ein mexikanischer Filmemacher, dessen Namen ich jetzt leider noch... Jorge Ramírez Suárez. Jorge Ramírez Suárez, der war in dem ersten Jahr ebenfalls präsent. Leider haben wir dieses Jahr keine Filmregisseurin für das Festival bekommen können. Dafür aber drei Filmregisseure. Quiero presentar, esta noche tenemos ahora la película inaugural Los Nadia de Juan Sebastián Mesa de Colombia, que está aquí, con el cual podremos discutir después de la película. Bienvenido. Ja, also zuerst würde ich unseren Gast aus Kolumbien vorstellen, Juan Menares. Also wir werden auch gleich, am Anschluss werden wir also gleich den Film Los Nadia, die niemanden zeigen. Im Anschluss gibt es Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Herzlich willkommen. Después tenemos a Jürgen Rudeña, aquí frente a mí, de Costa Rica, con Abrázame como antes. Dann haben wir Jürgen Rudeña aus Costa Rica, ganz große Umarmung. Herzlich willkommen. Esto será el domingo. Bueno, ustedes tienen el programa, yo espero que los que no lo tengan afuera lo encuentren, porque así yo no tengo que contarles todo lo que está en el programa. Y tenemos a Joel Calero del Perú, que no lo veo por aquí. Und dann als dritten haben wir Juan Calero aus Perú, der hat sich da ganz hinten verzogen. Ich hoffe auch, dass Sie alle das Programm haben. Dann brauche ich das Programm jetzt nicht so hier nochmal runterzubeten. Schauen Sie sich das Programm an und dann wissen Sie, wann die Filme anfangen. Bueno, no, todavía no, me faltan unas cosas. No, es... Okay. Como decía, para nosotros es importante siempre invitar Direktores, Mujeres, si quiero echar aquí una propaganda. Nosotros este año en el equipo de Díaz de Cine somos diez mujeres. No tenemos Direktores invitados, pero sí somos diez mujeres. De algún modo creo que estamos haciendo el contrapeso a Hollywood, porque aquí no hay espacio para esos escándalos. Aquí cuidamos mucho de que no haya nada contra la mujer, sino también promovemos. Ja, es ist ja so, wir haben dieses Jahr drei Regisseure, es ist keine Regisseurin darunter. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass das ganze Team, wir sind zehn Frauen, und wir haben diesen Raum auch eröffnet, also um Debatten und Diskussionen zu führen. Wir unterscheiden uns also diesbezüglich vielleicht doch ganz erheblich von Hollywood. Also wer hierher kommt, der muss also keine sexuellen Nachstellungen und Belästigungen fürchten. Muchas gracias, quiero decir sus nombres, porque realmente son mujeres maravillosas. Laura Teixeira, Gala Montero, Tania Hernández, Elisa Rivera, Karina Nasal, Yolima Vargas, Laura Flores, Ana Arango, por supuesto Natascha Gikas del Film Museum y nuestra traductora. Hemos hecho un gran trabajo durante todo este año y los años anteriores. Entonces muchas gracias de nuevo. Also nochmal ganz herzlichen Dank an das ganze Team. Ich werde jetzt die ganzen Namen, die ich eben nicht alle behalten konnte, aufführen. Sie haben sie ja im Original gehört. Einfach nochmal ganz herzlichen Dank an das ganze Team, das dieses Festival überhaupt ermöglicht hat. Para terminar y que puedan empezar a ver la película, que es a lo que vinieron, gracias por supuesto a nuestra cooperación partner y sponsor. Obviamente vamos a hacer la lista, tú no tienes que repetirla, yo la voy a decir. Kulturan de Frankfurt, que siempre nos ha apoyado. Amphur Multiculturelle Angeligenheiten. Hessen Film, nos apoya desde este año. La Friedrich Eberstiftung, también nos ha colaborado un par de años y este año nuevamente con Joel Calero, que viaja después a Berlín a presentar su película. Como ya lo dije, la Universidad de Goethe, con quien logramos hacer un enriquecedor coloquio. Y los consulados, que durante cada año, según la lista de cada película, hemos tenido el apoyo de varios. Este año el consulado de Argentina, el consulado de México, el consulado de Chile. Tenemos además otras pequeñas y grandes empresas que están en Frankfurt y que nos apoyan, como el Club Sudamérica, el Hotel 25 Horas, Cafu Chico, Sparda Bank, Stadtmobil, nuestros fieles amigos de siempre de Zapo Rey o Frosch Koenig. Y bueno, creo que ya no se me queda nadie por fuera. No quiero alargar más esto, pero por supuesto hay que darle las gracias a todos los que nos han apoyado estos años y esperemos que sean muchos más. Entonces disfruten el festival. Les repito, en el programa está todo. Así que no lo repitiremos ahora. Está afuera. Al final de la película, ahí haremos un foro con Juan Sebastián Mesa y al final los invitamos a una degustación latinoamericana. Also, um es kurz und bündig zu machen, die Namen aller Sponsoren, die finden Sie auch im Programmheft. Wir möchten uns also nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, dass Sie dieses Festival ermöglicht haben. Wie gesagt, nach dem Film gibt es ein Gespräch mit dem Regisseur und anschließend noch einen Umtrunk draußen und dann auch noch die Möglichkeit, da eventuell weiter mit ihm zu reden. Bueno, que disfruten. Ja, finish. Bueno, buenas noches. Por Asuntos del Tiempo creo que debemos empezar inmediatamente. Gracias por acompañarnos a ver la película de Juan Sebastián. Gracias a Juan Sebastián por estar aquí con nosotros. Salió el sol. Y, bueno, Magritte, que va a ser nuestra traductora. Por lo tanto, debemos ser muy concretos. Also, wir wollen ja gleich in medias res gehen und keine Zeit verlieren. Also, es schön, dass wir Juan hier haben und mit ihm über den Film reden können. Und wir werden auch gleich anfangen. Also, wir werden noch 15 Minuten, dann gehen wir direkt. Wir werden nicht mehr Zeit. Ich werde erst zwei Fragen zu Juan Sebastián. Ich werde versuchen, nach dem Film zu sehen, nach dem Film zu sehen. Die ersten, über den Titel, über den Titel, über den Titel, über den Titel, der Titel, über den Titel. Also da wir ja wirklich nur 15 Minuten Zeit haben, müssen wir jetzt wirklich einen Zahn zulegen und das Ganze all schnell machen und ich fange auch gleich mit den ganz simplen Sachen an, mit dem Filmtitel, der Titel Los Nadie, die Niemand oder die Nobodies, das geht auf ein Gedicht von Eduardo Galeano zurück. Meine Frage, wer sind diese Nobodies, wer sind diese Niemand? Also schön, dass Sie noch hier geblieben sind, schön, dass ich zu diesem Festival eingeladen worden bin. Ja, der Titel geht auf ein Gedicht von Eduardo Galeano zurück und er bezieht sich in diesem Gedicht also auf die ganzen ausgegrenzten Ausgeschlossenen, die von einem Wirtschaftssystem ausgeschlossen sind. Und als ich durch Lateinamerika reiste, da dachte ich wieder an dieses Gedicht und in diesem Film geht es ja auch um eine Reise und ja, so. Ja, also und am Ende des Films wird ja auch sehr klar, also dieser Bezug zu den Nadie auf der Reise. Und auf dem Filmplakat heißt es aber auch wir alle sind die Nobodies, die Niemand. Was bedeutet das? Ja, also war's. zu erinnern, dass wir alle niemanden sind, wir alle gleiche zu ihnen. zu finden, um dieses zu zeigen, also auch diese menschlichen Seiten. Bueno, una última pregunta para abrir, digamos, la discusión en el público, las preguntas del público. Ja, ich möchte noch eine letzte Frage stellen, ehe wir denn also die Diskussion zum Publikum hin öffnen und Sie auch Fragen stellen können. Yo también soy de Medellín y, bueno, digamos que pertenezco a la generación de estos muchachos que están representados en esa película. Entonces es una pregunta un poco intima o personal, pero también, digamos, objetiva, la que sigue. Also, ich komme ja auch aus Medellín, gehöre der gleichen Generation an wie die Jugendlichen, die in dem Film gezeigt worden sind, ja, und daher würde ich also gerne auch eine etwas intimere Frage stellen. Y es, por qué es tan difícil salir de Medellín, por qué es tan difícil hacer un viaje, un viaje que te saque de ese valle que es Medellín y una vez que sales, está siempre el deseo de volver. Y solo corto para también intentar volver a la pregunta, es porque parece que el motivo del viaje, que es un motivo que atraviesa el guión de la película, es, digamos, universal, en tanto que al final aparece esa negación del viaje. Bueno, para la primera parte, la pregunta, siento que Medellín es una ciudad que geográficamente está muy enclaustrada en estas montañas y que es una... que estar encerrado en las montañas es algo que también llega a la cabeza de las personas, también está muy cerrado en ese sentido. Bueno, no vemos nunca el horizonte, nunca vemos que hay detrás de las montañas, tampoco nos imaginamos que pueda haber algo más allá de ellos. Entonces creemos que este espacio, en el que vivimos, es lo único que existe y rara vez nos preguntamos que hay más allá. Y bueno, con el asunto del viaje, el viaje es una excusa simplemente para hacer un viaje a través de la vida de ellos, es como una excusa que está ahí, latente. Y ese sentimiento de viajar es algo inherente a ser joven en cualquier parte del mundo, no sé, que sea solo con los jóvenes de Medellín. Sí, y el viaje es solo el objetivo de hablar con los jóvenes, para hablar con los jóvenes. Y no pueden olvidar, que hoy en día, el viaje es casi por la gente del mundo, casi por supuesto. Yo hice el viaje por Sudamérica hacia Argentina, que era mi objetivo, pero también en el viaje cuando estaba en Bolivia, me encontré gente subiendo de Argentina a Colombia. Y en el viaje me preguntaba como, ¿a qué vas a Colombia? Allá no hay nada. Y me dijeron, ¿a qué vas a Argentina? Allá no hay nada. Entonces, es como que ese sentimiento es inherente y el contexto es una excusa para irse, ¿cierto? La contradicción es que es tan doloroso irse como quedar, y creo que ese es un elemento que yo encuentro valioso en la película, fuerte. Ya, ganz stark en el filme es también que es un elemento muy importante que yo encuentro en la película. Muy bien, ahora vamos rápidamente a darle la palabra al público una primera intervención. Les ruego que sean muy concretos. Muy concretos. Muy concretos. Creo que es imposible definir una sola juventud en Medellín. Hay muchas. Yo simplemente estoy hablando de una, pero existen tantas Medellines como tantas personas que habitan. Entonces, no podría decirte que puedo definir la juventud de Medellín como algo definible. Hay muchas versiones de la juventud. Pero esta es una de ellas, una de tantas. Entonces, realmente una carácterización de la juventud de Medellín, que no funciona. No hay nada, porque no existe solo una juventud, sino que hayan diferentes jugadores con diferentes vivos. Y lo que vimos en el filme, son un par de juventud de Medellín. Algo que he notado es que de pronto hemos aprendido a reírnos un poco de la ciudad. Amarla y odiarla al mismo tiempo. Creo que es algo que es común en los jóvenes. Lo que me pareció muy interesante en la película es que no eligió el formato clásico de entrada, clímax, final. sino más que una introducción a los personajes y nunca llega ese clímax, nunca hay un final que te deja con el wow. ¿Elegiste ese formato por alguna razón en particular o fue como se desarrolló la película cuando la estaba escribiendo? Also, hier war eine Frage zur Form des Films. Also, der klassische Film ist ja so aufgebaut, Anfang Spannungserhöhung bis dann halt zum Klimax, also zum Gipfel oder Höhepunkt. Und hier ist es so, hier gibt es dieses Erzählschema nicht, sondern das Ganze ist offen. Hast du diese Form bewusst gewählt oder hat sich die im Laufe der Arbeit so ergeben? Sí, no me interesaba mucho como trabajar una estructura clásica aristotélica porque me parecía algo muy rígido a la hora de hablar de esos personajes que de alguna forma son tan libres. Ja, also, ich wollte nie so mit einer klassischen Erzählform, klassischen Erzählform aristotélicer Prägung arbeiten, sondern da die Personen oder die Figuren in diesem Film ja so frei sind, wollte ich mir als Erzähler auch diese Freiheit nehmen. Ich wollte mich also als Regisseur frei mit bestimmten Situationen beschäftigen und wollte diese Situationen auch frei entwickeln und nicht in bestimmte Formen pressen. Ja. 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 Wenn wir uns ein bisschen den Filmemisch kennenlernen, wie wir es nicht möglich, dass wir eine Referenz machen können, glaube ich, mit dem Job von Víctor Gaviria, zum Beispiel mit Rodrigo de No Futuro. Ich weiß nicht, ob es für euch eine Referenz mit den Filmemisch mit den Filmemisch zu erzählen, und es ist auch eine Marca, die Unterschiede zwischen den beiden Fällen, die Medellin marginalen ist. Und eine Frage, auch, Ja, es ist ja so, also wir, die wir uns ein bisschen mit dem kolumbianischen Film auskennen, da kommt man ja um Victor Gavir, der ja nicht herum, der hat ja auch Filme über Medellin gedreht, wurden sie auf irgendeine Art und Weise von ihm beeinflusst, vielleicht auch in der Art, und er hat ja doch schon eine ganz andere Art über Medellin zu, also Filme zu machen, wie sie das jetzt machen, und dann die zweite Frage, wieso haben sie diesen Schwarz-Weiß, also den Film in Schwarz-Weiß gedreht? Ja, ja. Also es ist ja so, um Victor Gavir, ja, also das ist wirklich eine unumgängliche Referenz im kolumbianischen Film. Ich wollte bei meiner Auseinandersetzung mit den Marginalisierten, mit den Ausgegrenzten, die nicht kriminalisieren, wie es ja oft passiert im Film, in der Literatur und in der Kunst, sondern ich wollte also auch die freiheitlichen Aspekte, die dieses Leben hat, jenseits der Kriminalisierung, darum ging es mir und das wollte ich hervorheben. Ja. Und Blanco y Negro me interessaba, weil ich es in Blanco y Negro, in der Fall, in Blanco y Negro ist es in Blanco y Negro, in der Casting, in der Locationen, weil ich mich sehr interessiert ist, weil ich die temporalität, die Blanco y Negro ist. Wenn man nicht die Lichter in der Licht, man weiß, ob es morgen, oder morgen, oder morgen. Das hat mir eine sensation von Temporalität an die Geschichte, die mir hilft, für die Monotonie, die die Personäne. Und auch, weil Medellín ist eine Stadt sehr coloride. Und das ist eine Filme, in der sich alles in die Personäne, und mich interessiert jetzt mit ihnen, alles ist in der Funktion von ihnen und ich wollte nicht, dass in dem Ende ein Distractor die Geschichte ausgetragen werden. Die Zeit des Films und ich wollte den Personen auch so einen gewissen zeitlosen Charakter vermeiden, also deswegen das Schwarz-Weiß zum anderen, aber auch Medellin ist eine sehr bunte, eine sehr farbige Stadt und da ich mit hautnah an den Filmfiguren dranbleiben wollte, habe ich mich auch für das Schwarz-Weiß entschieden. Also jetzt noch eine ganz kurze zum Abschluss. Ja, sehr kurze. Ich wollte mich fragen, wer sind die Akteure? Und ob es Leute aus einer einzigen Kommune der gleichen Film oder wie sie die Akteure getroffen haben? Also wie gesagt, die allerletzte kurze Frage, wie sind sie an die Schauspieler gekommen? Sind das alles Jugendliche aus einer Gemeinde oder einem Stadtteil? Also zwei der Schauspieler, das sind halt so langjährige Freunde von mir und so was die ganzen Clowns und die, die so auf den die Straßenkünstler angeht, so haben wir in ganz Medellin ein Casting gemacht und die dann daraufhin gefunden. Ja, und wie gesagt, also die kommen aus allen Teilen der Stadt und wir sind dann zuerst zu ihnen nach Hause gegangen, haben mit ihnen gearbeitet und sie dann ausgewählt. Und das Viertel, also wo die meisten Aufnahmen gemacht worden sind, das ist da wo die meisten leben. Ja, und draußen geht es weiter, wir laden Sie also herzlich ein zum Glas Wein und ein paar lateinamerikanischen kulinarische Spezialitäten und natürlich zu den nächsten Filmen, also der nächste Film geht um 8 Uhr weiter. Ja, ungefähr, ungefähr so, mas o menos. Mas o menos. Gracias. Gracias a usted. Gracias a nada.